Hallee hallo Ich will hier hallo sagen und die kommt mich gleich hier anmachen Nee nee kannst voll vergessen Oh man Interessant Hm Hm Wenn jetzt ich bald aufhört zu reden dann ist das Let's Play schon wieder vorbei Na dann Oh man hat recht Hm 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 So I get it away I want you better I want putting myself to a good cause Na dann You are a good cause Marshall You cannot letting them do Okay okay nicht nochmal nicht nochmal LOL Sehr schön Die neue Smogrenade Bam Haha Ja die haben wir jetzt bald Okay Ich schau jetzt auf ob ich die Mission starten kann Ich hab jetzt keinen Bock mit irgendjemandem zu reden Komm Yes Bis gleich Hooray Wir sind ja auf einem krankens psychisch gestörten Alienplaneten angekommen Und wollen Spaß haben Das passt nicht Ich sag euch das passt nicht Eins von beiden werden wir nicht haben Entweder Aliens oder Spaß Weil Alien verderben mir den Spaß Naja gut Erstmal schön safen Was zur Hölle Ich werde das Viech geht gleich auf mich los Wie ich es einfach nur gewusst hab Das ist so möglich wie schaden die war für mittlerweile noch macht Der auch eine halbe stunde drauf ballern Ah ok verreck Klar Hä Alter Ja ok wirst du der eine jetzt nicht getroffen haben weiß ich aber auch nicht Geh weg Bist du dich dein Ernst Ja es lebt natürlich Alphavita Geht doch ey Oh man 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 Das gefällt mir Hell das gefällt mir richtig Ne ich glaub ich sollte da lieber nicht reinlaufen Wäre nicht zu empfehlen Was ne Alter du bist unwitzig du bist so unwitzig ne Das ist ja noch nie passiert Das ist ja noch nie passiert als du im Let's Play genießt hab WAYNE Die WAYNE train fährt vorbei So Höh Kontakt Der spielt mit der Standard Waffe Aber egal Der Ja du hast ganz sicher Hallo Jetzt mal realistisch Komm die hat nicht so viel Munition das wissen wir jetzt alle Oh Einer verreck Oh alter So So haben wir getroffen Let's go Very nice Aufsammeln 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 Ok mal sehen Hier gibt's nix Ja da gibt's leider nix Hm Das Geräusch gefällt mir jetzt nicht Was jetzt? Hä? Höh? Realistisch? Fragezeichen Ah Natürlich Ok Das soll mir recht sein Sehr schön Oh Gleich so Kann ich dir auch aufsammeln Auf Wiedersehen Verpackt das Teil BÄM Ok und jetzt Weil da muss doch irgendwo sonst so ein Schalter Sein oder so Dinger laufen heiß aber da Ich wusste doch das hier irgendwo so ein dämlicher Schalter ist So Jetzt lässt die Tür uns bestimmt rein Oder ist die Tür gar nicht gedacht um uns reinzulassen Ich denke mal ich muss jetzt wieder Ich muss wieder zurücklaufen Zu den Blitzis Genau Genau Wow Und muss dann halt auch durch Auf dem Weg in eine andere Welt Wo nicht hier irgendwelche Arschlöcher rumhocken Nämlich abschießen wollen Halt die Fresse Du nervst Halt die Fresse Ich würd auch so oft treffen mit der Soul Draft Mit der Shotgun auf die Reichweite Kontakt Oh Gott Oh du bist so unwitzig ne Halt die Schnauze Ich wollte gerade mit der Escape die Waffe wechseln Ich wollte gerade mit der Escape die Waffe wechseln Das sieht nach Sniper aus Ruhe auf den billigen Plätzen Halt die Schnauze Halt die Schnauze halten Bitte Ihr habt hier nichts mehr zu sagen So Hat irgendjemand gesagt ich will die Waffe haben Ich find die richtig geil die Shotgun So Wieso grüßelige Geräusche aber übel Nicht witzig Junge gar nicht witzig Ja mal schon abwechselnd Da ist die Taktik Sorry Leute Irgendwie Der Wind zieht ein bisschen So Entschuldigung Für den kurzen Ausfall gerade Ja und ich denk ich lauf weiter Was ich auch tu So mach ich das doch Geil Voll 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 die auf Also damit halten sie mich so auf ne Ein Ding wo es ein Schalter gibt Um es auszuschalten Mhhh Belangweist mich jetzt langsam echt Halt die Schnauze Nicht noch eins Was hab ich euch getan alter Alter Jetzt da Jetzt hab ich einfach fast kein Leben mehr Danke Wow Du gehst weg Du gehst also ganz schnell weg hey Die hab ich auch Weg jetzt Guck nicht so blöd Guck Komm keine mehr Ich will jetzt auf engen Raum gehen Hä? Hahahaha Epischste Tod ever Lol Also der Tod war ja auch gerade krass Was zur Hölle Was hat uns da bitte gerade getötet? Was hat uns da bitte gerade getötet? Wie seh ich hier du Sau Du hast mich gesnipert du Ratte ey Aber du kriegst jetzt nicht mehr da aber so ein Mhhh 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 Jaja Nochmal Sniper Was tue mich nicht Bam So Auf ins Loch Na gut Leute Das Let's Play ist vorbei Es tut mir so leid Bis zum nächsten Part Ich freu mich drauf Cheers Dherber Drei 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 Drei